wir werden diesmal in die Schlangen Augen blicken startet das Level ich werde erstmal daneben stehen oh Rette mich ich komme nicht rüber ich komme nicht rüber Rette mich Danke fürs retten Bitte sehr Ich habe mich extra dafür geoffert Schade Schade, schade. Erstmal den Kopf einstoßen. Ja, den wollte ich auch. Na. Ich habe mich auch wieder geöffnet. Jetzt verlangen sie uns aber auf das Abgehen. Oh, ich habe den kleinen gewollt. Den König. Jetzt lass uns nochmal überlegen, ob wir nicht doch an den ersten rankommen. Wie denn? Wahrscheinlich nicht, ja. Nee. Ja, dann müssen wir den ersten kleinen Ding aufgeben. Aber wir haben es versucht. Ja, gut, das bleibt sogar klein. Oh. Oh. Nein. Nein. Da kommst du doch nicht mehr hoch. Ich komm nicht mehr... Nein. 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 Oh. 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 Fressen. Ja. Ich rief. auf den Schnabel oder wie war das. Ja, aber nicht zu lange, sonst werde ich es noch sehen. Nein, nein, nein. Oh nein, ich kraft hier. Das ist gut. Ich werde es zuerst sehen. Oh, die armen los, die armen Kleinlinge. Alles musst du retten. Oh, da ging es gar nicht weiter. Ja, kommt natürlich wieder. Mach bei dich dabei. Nein, nein. Das war nichts. Ich vergesse, dass da keine Leute mehr sind. Jedes Mal wieder. Also warten, warten, warten. Jetzt. Nein! Was machst du denn da oben? Ist doch eine Münze und du schlägst. Du hast mich geschlagen. Du hast mich geschlagen. Ich weiß es nicht. Ich habe gedacht, die Gäste sind böse. Nein, wir schaffen es nicht. Wir schaffen es nicht. Wir schaffen es nicht. Übel. Jetzt. Jetzt ist nur wieder hier. Oh nein Ob wir das heute noch schaffen Komm König Buu Jetzt ging er nicht nach links Wie bist du da jetzt durchgekommen? Da haben wir einen kleinen Ding hinter der Pflanze ver... Oh, eigentlich schlafen wir nicht nach hinten Wir haben einen da liegen lassen Jetzt ist es natürlich da unten durchknetschen Das war's Ich treffe es natürlich Oh, und er fliegt... Was ist denn momentan? Oh, das war Harz Ach Mist, ich hab ja einen Deckwarten Ja, da geht's dann weiter... Lukas, zurück... Ja, jetzt haben wir... Jetzt haben wir den anderen verpasst Nein, das ist doch der Eingang jetzt wieder gewesen Ja, da oben, das haben wir nicht gemacht jetzt Nein, das ist doch die ganz normale Geschichte Das ist doch der Eingang jetzt wieder Hier, oben ging es weiter Das war die erste Größe. Das war die erste Größe. 2 liegen lassen ja gleich am anfang an der anderen konnten ja das war aber hartes ja nach dieser harten folge hoffen auf eine leichtere wie heißt die nächste ok schießt den vogel ab da treffen uns wieder bis dahin servus und macht's gut